Ich bin's heute wieder, eure Sina. Wir sind gerade aufgestanden, ich bin eigentlich noch müde, aber Lara war schon wach. Und sie macht sich gerade schick. Ich musste mich auch nur noch, aber... Okay, ich werde sie jetzt erschrecken, dass hier ein Feuer alarm ist und dass ich... Ich habe ja Frühstück gemacht, wir sind hier alleine. Und dass wir ein Feuer alarm, dass ich die Küche auch gefackt habe. Okay, und... Lara, Lara, es fress! Hallo, du sagst, Scherz! Du sagst, Scherz! Komm, Lara! Oh, wie geklappt! Mir geht's. Du hast ja nicht, Alter. Du denkst mich ja nicht. André, du musst mich auch noch ein bisschen runterhalten, ne? Und sie übelst mich. Ey, bist du bescheuert. Ey, ich... Okay, ähm... Oh, Gott! Ich habe sie voll erschrocken. Okay, ich war auch jetzt ein bisschen auspustet, aber... Na ja. Auch hier hat sie sich erschrocken. Sie hat sie mir nicht... Ich habe sie mir nicht... Sie hat mich schon mal so gefängt, und dann habe ich sie auch so gefängt. Okay, okay. Ja, ich bin an meinen Haaren kämen. Ich meine, der kann... Ja, ich stand hier so... Vielleicht hat man sie auch nicht richtig sehen können. Ich wiederhole es halt noch mal so ein bisschen. Ich habe meine Haare gekämmt. Sie kommt und sagt, ja, Riss das ist Feuer. Dann renne ich hier raus. Ich zeige euch einfach mal, wo genau. Hier. Und, äh... Ja, dann... Eine Haustür. Ich gehe aber ruhig nicht runter, dass man fließt. So. Und ich bin dann ungefähr da... Nein. Ich bin dann ungefähr da hingeklatscht, vor Schreck. Und wie ihr seht, es ist kein Brand. Es ist kein Brand. Ich habe mich nur erschrocken. Mehr war es nicht. So. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo da. Ihr seid cool drauf. Und, ähm... Ja, ich hoffe... Ah, shit. Ich bin schon wieder weg. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Ja, warte, wie ich gut aussehen. Ja, das war's noch mit dem Video. Ja. Wir bedanken uns für's. Und nimm ein Abo und einen Daumen hoch. Und so, da... Bitte, bitte, daumen hoch. Es ist jetzt gerade nicht das beste Video. Es ist auch nicht die beste Aufnahme. Mussten wir ehrlich sagen... Wir haben einfach... Das Licht ist hier immer so scheiße. Ja, das Licht ist scheiße. Und auch... Also, wenn ich jetzt rede, dann... Ja, das hört sich halt komisch an. Und ich muss sagen... Eigentlich ist das Video jetzt auch nicht gerade der Böse. Ja, ich bin mit irgendeinem Scheiß. Oh, ich hab dich ja schon... Ja, ich hab mich versteckt oder irgendwie so. Ja, irgendeine Videos halt. Ja, und zwar hat Sina gesagt, sie würde mich... Sina hat gesagt, sie würde mich heute Abend pranken. Und ich weiß gar nicht, wann. Und sie hat sich so einen guten Prank erlaubt. Ich weiß nicht, welcher Prank dran ist. Ich hab so Schiss. Auf jeden Fall bin ich jetzt echt müde. Weil ich gestern bis 22 Uhr ungefähr auf war. Und... Hä? Hä, was? Hä? Achso, ja. Hä? 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 Stopp? Hä? Witzel Stopp, hä? Wir sind total kümmern. Und, ähm, ja, es ist halt nachmittags jetzt so. Also, irgendwas halt nachmittags. Es ist jetzt morgens um 11, 12. Irgendwas. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie spät ist es? Ach, ist doch scheißegal jetzt. Ich bin echt müde, weil wir sind jetzt... Und ich bin echt müde, weil ich gestern echt lange auf war. Ich hab irgendwie noch ein Spiel gezockt. Peinlich, ich sag auch nicht, welches Spiel. Man kann sich jetzt denken, vielleicht auch nicht. Ähm, ähm, und... Ich kann auch mal ganz kurz meine Wohnung... Das hat... Nee, das ist... Ich zeig mir, wo ich wohne. Ein ganz kleines Auto. Da wohne ich. So, Punkt. Da hab ich gewohnt, weil da wohne ich immer noch. Und zwar da. Hallo. Ja? Ja, hallo. Ja. Aber wir verraten nicht die Straße. Nee, wir sagen nicht mehr die Straße. Und ich hoffe, ihr sagt auch nicht in den Kommentaren, falls ihr wisst, welche Straße das ist. Oh ja. Und... Was machst du? Juh. Und... Ja, sie ist hier ein bisschen eng... Eng... Angri, angri. Ja, sie will mich halt heute Abend irgendwie pranken. Ich weiß nicht. Ja, ich hab auch schon richtig gut... Ich hab so Schiss. Ich glaub es mir. Vielleicht... Ich hoffe, ihr glaubt es mir. Irgendwas hat Tina gesagt. Sie macht einen Cut. Und, äh, 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 dann legt sie das Handy weg und wartet, isst noch was und so. Und, äh, ja, ich leg mich halt, wie gesagt, da mal hin. Ich hab echt Schiss, dass sie es im Traum macht, wenn ich jetzt irgendwie schlafen gehe oder so. Also, bitte, 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 helft mir. Ich hab so Schiss. Ich weine schon fast jetzt. Ich hab wirklich Schiss. Ich weiß nicht, was ich mit mir anstehe. Wahrscheinlich schmeckt sie ein Messer neben mir oder was weiß ich. Oder sind... So Messer halt. Ja, irgendwas anderes, ja. Okay. Soll ich jetzt Cut machen? Ja. Cut. Cut. Wahrscheinlich geht's irgendwann nachher weiter. Ciao. Okay, ich bin's jetzt wieder. Wir waren heute in, äh, ganz Berlin. Wir sind in Schottmann und so. Ich hab auch total coole Sachen und so. Äh, ja. Und wir sind total müde und so. Äh, ich weiß, was sagt man und so. Ähm, aber auf jeden Fall sind wir müde und, ach, ich mein, ich geh gleich schlafen, aber, äh, Lara schläft schon. Und ich werd sie jetzt mal richtig pranken, mich erschrecken. Und mach was an ihr. Also, sodass sie sich erschreckt. Und das wird sie dann total cool. Ja. Ich hab ihr noch Licht an. So. Okay. Schläft. Okay, der ist mir total gut gelungen. Äh, ich hab sie total erschrocken, weil sie war, äh, sie hat immer irgendeine Albträume. Keine Ahnung. Was? Äh. Nein, nicht so. Ich hab's gefallen. Ich wusste, äh, oh, meine Haare. Die hat mir erst geschlafen. Oh mein Gott, meine Haare. Oh, Mann, sie ist nice. Ich kenne Lust mehr zu schlafen. Wirklich. Ihr kennt das. Oh Gott. Ich wusste, dass sie mich prankt. Also, wie spät ist die? Ja, es ist in Berlin. Halt da, das ist schon 17 Uhr. Hä? Hä? Guck mal auf die Uhr. Die geht falsch. Es ist 21 Uhr, du hast verschlafen. Ich hab nicht verschlafen. Hä? Ich hab nicht verschlafen. Hä? Ich weiß es nicht. Hä? Ich weiß nicht. Mensch. Ah, es ist jetzt auch egal, wenn du hier richtig gehst. Alter, ich bin so. Mann, wenn ihr wüsstet. Ich wusste wirklich nicht vom Prank. Ich weiß auch nicht, wieso. Äh, warum prankst du mich überhaupt? Ich dachte, du machst das morgen. Weil du durchsteckst. Oh, was wäre hier wie im Berlin shoppen, Mann? Oh. Bist du so? Oh, was ist so? Ja, okay. Ähm, das war heute unser Prank. Äh, wir machen noch tausend andere Pranks. Ja, genau. Die Klatsche. Nein, das war eher Ropies. Echt? Und, ähm, kann ich sagen dann einfach mal, schau. Ich hab euch lieb, meine Fans. Ja, ich hab euch lieb, meine Fans. Ja, ich lieg mich hier nochmal hin. Und ich hoffe, die blöde Kuh, denn ja, ich bin nicht mehr. Naja, ich schlafe dann auch, hoffe ich. Oh, ich werde schlafen. Ja. Und ich werde die Messer mit dem Herd stechen. Und dann spiele ich das auch. Alter. Ja, Leute, ich zeig euch nochmal ganz kurz, wie ich schlafe. Also, wie ich schlafe. Also, ich schlafe immer so mit dem Kuscheltier mit einer Decke. Und ich schlafe irgendwie immer so hier. Und, ja, ich bin halt müde. Ne, warst du müde? Ja, ich bin müde. Ich weiß nicht, wie ich müde bin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem fast 10 Minuten Video. Ähm, es ist 8 Minuten ungefähr. Hm, okay. Dann sagen wir einfach, ciao, ciao.